Hi! In diesem kurzen Video zeige ich dir, wie du für einzelne Affiliates deren Provision anpassen kannst. Damit kannst du von der Affiliate-Provision, die du für das zu bewerbende Produkt in dessen Einstellungen festgelegt hast, abweichen. Also sowohl eine höhere als auch niedrigere Provision einstellen. Das geht auch ganz einfach. Gehe einfach unter Konto zu Affiliates. Hier muss dann der jeweilige Affiliate auch bereits aufgelistet sein. Ist dir das nicht, so hat er noch keine Partnerschaft mit dir angefragt oder eine von dir erstellte Partnerschaft nicht genehmigt. Also wende dich in dem Fall zunächst direkt an deinen Affiliate. Ist er hier aber aufgelistet, so klicke einfach auf das Stiftsymbol und ändere hier die Affiliate-Provision deinen Wünschen entsprechend ab. Bist du fertig, klicke zunächst auf Speichern und bestätige mit Ja. Der Affiliate erhält im folgenden eine E-Mail-Benachrichtigung über die Änderung und wird ab sofort für alle zukünftig vermittelten Käufe die abgeendete Affiliate-Provision erhalten. Herzlichen Glückwunsch! Möchtest du noch mehr über die Zusammenarbeit mit Affiliates erfahren, wirf einfach einen Blick in die jetzt eingeblendete Playlist. Bis zum nächsten Mal.